Du willst wissen, wie man jede Klasse in WoW am Limit spielt? Dann bist du hier genau im richtigen Video gelandet. Zuallererst einmal solltet ihr euch wirklich intensiv mit eurer Klasse beschäftigen und euch einmal alle Fähigkeiten durchlesen. Dazu ruft ihr euer Zauberbuch auf und lest euch wirklich einmal alle Fähigkeiten bis ins letzte Detail genau durch. Auch die Passiven sind immer super wichtig, dass man die sich durchliest und versteht. Zum Beispiel bei Feuermagier ist es schon wichtig zu wissen, dass man Entzünden nur verbreiten kann mit Phönixflammen und lauter so kleinen Details gibt es bei jeder Klasse. Sobald ihr das gemacht habt, solltet ihr euch als nächstes ein Guide durchlesen. Dazu geht ihr am besten auf die Seite WoWhead oder auch Icy Reigns und dazu geht ihr dann auf Klassen, Fire Mage zum Beispiel, in dem Beispiel jetzt hier und dann könnt ihr euch hier schon mal so einen groben Überblick verschaffen, was so aktuell gespielt wird, was man spielen sollte. Ich empfehle erstmal den WoWhead Guide und dann, falls ihr euch noch eine andere Meinung dazu holen wollt, vielleicht ist irgendwas unklar, könnt ihr nochmal beide Guides genau durchschauen. Hier erfahrt ihr auch, was die besten Pakte zum Beispiel sind, was man für Verbrauchsgüter nutzen sollte. Also Pods, Fläschchen, Bufffood und und und. Hier erfährt man gute Makros, wichtige Add-ons, Weak Auras, auch ein sehr, sehr wichtiges Add-on und und und. Also sehr, sehr viele Sachen, die wichtig sind und nicht zu vergessen, auch die richtigen Verzauberungen, die richtigen Sockel ist alles mit drin in diesen Guides und natürlich auch Rotation ist auch nicht zu vernachlässigen. Das ist auch in diesen Guides alles drinne und da hat man wirklich sehr, sehr viel zu tun, um sich das alles genauestens durchzulesen. Vergeht schon mal eine Stunde eventuell auch, damit man wirklich reinkommt in die Klasse und sie wirklich versteht, was so der Play ist. Und wie gesagt, Icy Veins geht auch. Beide Guides empfehle ich von WoWhead und Icy Veins. Beides sollte man sich durchlesen, damit man einfach schon mal einen groben und guten Überblick über die jeweilige Klasse bekommt. Wenn ihr das soweit gemacht habt, euer Zauberbuch durchgelesen habt, eure Guides durchgelesen habt auf WoWhead, Icy Veins und auch schon mal die Roter geübt habt, an der Puppe empfiehlt es sich noch, auf die Seite Warcraft Logs zu gehen und hier oben links klickt man dann hier drauf und dann geht man auf Rankings, zum Beispiel für den aktuellen Raid. Ihr wollt euch wirklich nur hier immer den aktuellen Raid anschauen, niemals mythisch plus, mythisch plus, da solltet ihr eher auf die Seiten Subcreation oder Raid.io gehen. Warcraft Logs ist wirklich nur die Seite für den Raid eigentlich. Und da sieht man dann die ganzen Ranglisten für die ganzen Klassen, wie sie performen, wer am besten performt und und und. Und jetzt mal anhand des Beispiels des Feuermagiers geht ihr einfach hier oben bei alle Klassen auf Mage und dann auf Feuermage und dann seht ihr auch schon alle Feuermages sozusagen, die hier aufgelistet sind, die besten Feuermages für den aktuellen Raid. Mausoleum der Ersten werdet ihr vorfinden für jeden einzelnen Boss und dann könnt ihr hier wirklich euch auch schon mal sehr gute, wichtige Informationen abholen und zwar, was die für Talente alle spielen, was die für Schmuckstücke anhaben, was die für Kondoids, also Soulbinds drin haben, Seelenbandtypis vom Pack drin haben, wie gesagt, Kondoids, also Medien, was die da drin haben und was die für Legendaries anhaben. Also all das sind sehr, sehr wichtige Informationen. Wenn ihr euch zum Beispiel den Guide angeschaut habt und ihr seid euch nicht sicher, spielt man das jetzt wirklich, könnt ihr nochmal hier in diese Ranglisten reingehen und euch nochmal genau informieren, was denn jetzt die besten Mages spielen, wie die halt ihre höchste DPS erreicht haben. Wenn wir jetzt mal hier auf Skolix gehen, das ist ein Single-Target-Boss, ein guter Bosskampf für den Feuermagier, wo man wirklich auch die Roter nochmal genauestens anschauen kann, von den besten Mages weltweit. Da sehen wir allerdings auch schon, es gibt auch Buffs, wie zum Beispiel Power Infusion, Seele der Macht oder auch irgendwelche Fairies oder noch so ein Blessing. Das sind alles externe Buffs, die man bekommt von anderen Spielern, die halt auch eine andere Klasse spielen. Zum Beispiel Power Infusion, Seele der Macht, bekommt man von einem Priester und da ist man dann drauf angewiesen, zum Beispiel als Feuermagier, damit man die höchstmögliche DPS überhaupt erreicht aktuell, braucht man diese Buffs und das ist dann schon natürlich schwierig zu bewerten, weil diese Spieler haben viel mehr Tempo und alles ist auch schneller ready und und und. Und da musst du dann eventuell auch mal ein bisschen scrollen, bis du mal einen Mage findest hier auf Platz 42, der keine Buffs bekommen hat. Also wenn ihr auch ein Magier seid, der keine Buffs bekommt beispielsweise, dann solltet ihr euch lieber den als Vergleich heranziehen und draufklicken, statt auf den Ersten. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, nicht einfach stumpf den Ersten anschauen, weil der bekommt eventuell externe Buffs, auf die ihr eventuell gar keinen Zugriff habt. Ja, ein bisschen scrollen, ich gehe jetzt mal hier auf die Nummer 42 und dann sieht man hier auch nochmal genaueres. Hier der Erste, der hat jetzt die Buffs bekommen, der Zweite hat keine Buffs bekommen und das ist dann wichtig und richtig, da mal reinzuschauen. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel den Magier wirklich anklicken, ja, auf den Namen drauf und dann auf Summary und dann seht ihr auch schon seine Stats, also wie viel Intelligenz der hat, wie viel Ausdauer, Crit, Tempo, Meisterschaft, Vielseitigkeit und und und, der hat. Also das sind auch immer wichtige Sachen, die man sich abschauen kann bei den Besten der Besten, auf was für Stats die so gehen, was für Werte die so haben, aber im Idealfall simuliert ihr auch einen eigenen Char sowieso selbst mit Raidbots, das wurde euch auch in den Guides von Wowhead und Icy Veins schon empfohlen. Trotzdem, falls ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr nochmal hier dann die Besten Mages anschauen und gucken, was die so für Stats haben. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und hier sieht man nochmal die Talente, den Seelenbandtypi, zum Beispiel Theota hat er hier drin, Venthir ist er beim Pakt Venthir und man sieht hier sogar seine Ausrüstung, ja, also ihr könnt euch sogar hier eins zu eins dann die Ausrüstung kopieren, sozusagen, und dann seht ihr quasi auch, was er so anzieht. Und was auch noch eine wichtige Sache ist, die man sich hier abschauen kann, was sie so verzaubert haben, zum Beispiel hier auf seiner Waffe hat er nicht himmlische Führung drauf, sondern sündhafte Offenbarung. Sündhafte Offenbarung ist zum Beispiel aktuell bei Castern oder bei Mages so, nimmt man eher für Single-Target-Encounter, das ist ja auch, Scolex ist ein Single-Target-Encounter, ist logisch, dass man das dann da drauf macht, und himmlische Führung hat man eher so für AOE drauf, oder für Mythisch Plus Content. Und dann sieht man hier auch nochmal alles, was er so trägt, Ringe, Ringverzauberungen, Socke, man sieht hier alles mögliche, sehr, sehr viele Informationen, die man sich hier abholen kann. Aber was nochmal viel wichtiger ist, ist, wenn ihr mit eurer Rota unsicher seid, ihr nicht wisst, wie ihr eure Rota perfekt spielen sollt, dann geht ihr einfach auch, ich zeig's gerne nochmal, auf den jeweiligen Mage, den ihr betrachten wollt, also jetzt hier auf den zweiten Platz, dann hab ich den hier ausgewählt, ihr könnt hier auch nochmal andere Spiele auswählen, dann geht er hier auf Casts, klickt auf Casts, und dann hier auf Timelines. Und wenn ihr hier dann draufklickt, dann seht ihr genau die Rotation, was der Typ gespielt hat, wie er gespielt hat, wie er auf so eine hohe DPS gekommen ist, letztendlich mit dieser Rotation. Also ihr könnt euch das hier wunderbar anschauen, das hier zum Beispiel ist, ein Precast Pyro, also er hat vorm Kampf, quasi Pyroschlag, bei 4 Sekunden so benutzt, und der ist dann bei, ja, 64 Tausendstel, müsste es glaube ich sein, eingeschlagen. Das ist ein bisschen verbuggt, hier steht Casts, also wirkt, aber er wirkt nicht erst bei 0 Sekunden in Pyro, das ist ein bisschen verbuggt, in Anführungszeichen, bei Warcraft Logs, da muss man dann nochmal genau reinschauen auch, und dann geht er direkt schon rein, dann macht er hinterher Spiegel der Qual, Feuerschlag, und dann geht er halt rein in die Rotation, und er benutzt ja auch direkt schon seinen Intelligenztrank und das erste Siegel, und BL zieht er natürlich auch, und dann geht er halt rein, und hier kann man sich dann die Rotation perfekt anschauen, wie er das Ganze spielt, zum Beispiel nach den ersten 10, 12 Sekunden kommt direkt die nächste Rune hinterher im Anschluss, und dann das nächste Mal benutzt der Spiegel der Qual auch einfach wieder rein, und so kann man sich das Ganze anschauen, dann benutzt er hier nochmal eine Rune, und jede Klasse ist dann natürlich anders, das ist jetzt nur anhand des Beispiels des Feuermagiers, aber so könnt ihr es bei jeder Klasse machen, ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier wieder auf Rankings geht, und weiß ich nicht, ihr spielt irgendwas anderes, wie zum Beispiel einen Vergelterpaladin, geht er auf Vergelterpaladine, dann seht ihr hier die besten Vergelterpaladine, hier ist es sogar auch ein bisschen geiler, da ist man wohl nicht so krass auf Buffs angewiesen, natürlich, die ersten Plätze sind trotzdem meistens immer mit Buffs belegt, aber, ja, das könnt ihr bei jeder Klasse machen, jeden Spieler machen, geht auf den Spieler drauf, geht auf Casts, Timelines, und dann seht ihr perfekt die Rotation, wie sie das spielen, und so arbeitet man sich letztendlich vor, dass man da eine Klasse auch am Limit spielt, und alternativ könnt ihr natürlich auch nochmal auf Raider.io draufgehen, und euch hier die besten Spieler anschauen, wer halt das höchste getimt hat, sieht man hier direkt, dann kann man auf den Spieler draufklicken, und sieht seine Stats, sein Gear, eigentlich das gleiche wie Warcraft Logs, nur dass man das hier noch ein bisschen übersichtlicher vielleicht hat, also auch das kann man machen, einfach von den besseren Spielern sozusagen abschauen, was die so machen, was die so spielen, und dann nachmachen. Es ist natürlich wichtig, dass man die Rotation dann auch beherrscht, aber, wie gesagt, die kann man sich anschauen, auf Warcraft Logs, oder in den Guides sind diese Rotationen eigentlich auch immer ganz gut aufgeschrieben, also wie man seine Klasse dann letztendlich auch meistert, ist einfach, dass man sich aus sehr vielen in unterschiedlichen Quellen Informationen ranholt, ranzieht sozusagen, aus Wowhead, aus Ice Events, aus den Guides, und dann nochmal in die Analyse, wirklich in die Tiefe gehen, mit Warcraft Logs, bei den Besten der Besten schauen, was mach ich da, was macht der da, und dann kann man sich ja auch wirklich vergleichen, es gibt noch die Seite WoW Analyzer, da kann man nochmal seinen eigenen Log, wenn man selbst geloggt hat, kann man da reinmachen, dann wird man auch nochmal Tipps bekommen, was man falsch gemacht hat, und was nicht, und das ist hier nochmal Subcreation, das ist eine Seite, da sieht man auch nochmal die Meta, welche Klassen sind jetzt so die Besten im aktuellen Raid zum Beispiel, und man kann hier aber auch nochmal reingehen auf Feuermages zum Beispiel, dann sieht man nochmal die Talent Builds sozusagen, man sieht auch die Legendaries, die sie tragen, die Pakte, die sie benutzen, die Seelenpartner, die sie benutzen, Kondoids, Medien, Socke, was ist so Socken, ja die meisten Socke, hat wirklich Tempo, sieht man hier 90% Socke in Tempo, und dann sieht man sogar noch ganz unten, was sie so Verzauberungen, also beliebtesten Verzauberungen hier, liebtesten Trinkets, wirklich auch die beliebtesten Slots, dann der jeweiligen Ausrüstung, was die Leute so halt tragen, so und wenn ihr das soweit gemacht habt, dann ist es auch nochmal wichtig, euren Charakter wirklich zu simulieren, mit Simulation Craft, als Add-on braucht ihr dafür, und dann alles was ihr macht, ist in den Chat schreiben, slash simc, dann kopiert ihr das Ganze raus, mit strg plus c, und geht auf die Seite raidbots.com, auf der Seite raidbots.com angekommen, geht einfach mal ganz schnell auf QuickSim, und fügt das Ganze, was ihr eben rauskopiert habt, hier ein, mit strg plus v, dann sind eure Daten, eures Charakters hier drin, und dann könnt ihr hier reingehen, in Number of Bosses, lasst ihr einfach auf 1, falls ihr raid halt simmen wollt, Single Target Sims, macht man eigentlich immer standardmäßig, immer so, 5 Minuten ist Standard, hier könnt ihr Nightly oder Weekly machen, ist relativ egal, und den Rest lasst ihr einfach so standardmäßig drin, er hat standardmäßig alle Buffs drin, er zieht BL, er hat Intelligenz drin, und und und, er hat den Debuff vom DH drauf, also falls ihr das nicht haben wollt, könnt ihr es natürlich raus machen, aber ihr solltet es schon so standardmäßig drin lassen, weil man meistens das auch standardmäßig hat, wenn man raiden geht, hat man sowieso fast immer alle Debuffs und alle Buffs drauf, und deswegen sollte man das auch so simulieren, und dann geht ihr einfach mal rein, direkt in den Quick Sim, und das coole an Quick Sim ist gar nicht mal, dass ihr hier eure DPS seht, sondern wenn ihr runterscrollt, dass ihr wirklich seht, was quasi der Roboter, die Maschine für euch, für euren Charakter, wie er quasi spielt, um diese DPS zu erreichen, über 5 Minuten, und das empfehle ich euch auch nochmal, hier seht ihr auch nochmal die Rota, falls euch diese Warcraft Logs Rota nicht genug ist, und ihr gar nicht wissen wollt, wie die besten Mages quasi performen und spielen, dann könnt ihr wirklich auch hier das mit Quick Sim machen, da seht ihr auch eure Rotation sozusagen, und man muss auch wirklich sagen, diese Rotation ist eigentlich eh dann identisch, mit dem, was man von den besten Mages sieht, vielleicht nicht immer 100% identisch, aber fast identisch, und ja, das ist auch wirklich eine gute Sache, um nochmal die Rota wirklich zu verstehen, zu erkennen, wie die wirklich gespielt wird, die Rotation, was man macht, wie man das macht, und, und, und. Also Quick Sim ist auch immer eine gute Sache, um wirklich die Rotation für euren Charakter zu sehen, denn das Gute ist, der berücksichtigt auch alle Tempowerte, die ihr aktuell habt, also wie viel Tempo ihr habt, da kann sich ja schon mal ein bisschen was unterscheiden, je nachdem wie viel Tempo man hat, verändert sich vielleicht auch ein bisschen was im Opener, und das Coole ist, am Quick Sim, der checkt das, und macht dann quasi für eure Charakterwerte, wirklich die perfekte Rotation draus, mit diesem Quick Sim, und das ist wirklich Gold wert, also wie gesagt, aus unterschiedlichen Quellen, alle möglichen Informationen rausziehen, und dann seid ihr eigentlich auch schon good to go. Nachdem ihr all diese Schritte gemacht habt, sprich Zauberbuch studiert, Warcraft Logs, die Besten der Besten angeschaut, Rotation angeschaut, die Guides durchgelesen auf Wowhead und Icy Veins, und, 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 ist es natürlich auch wichtig, dass man in der Praxis dann das Ganze perfekt spielt und ausführt. Dazu sollte man dann zu einer Puppe gehen, Trainingsattrappe des Schlachtzuges am besten, in OG, in Sturmwind, wo auch immer, in Daza-Aloa gibt es überall welche, und da ist es dann wirklich wichtig, dass man dann die Rotation übt, lernt, und halt einfach meistert letztendlich auch, und dann wird man seine Klasse auch früher oder später am Limit spielen, wenn man dann auch das Ganze schnell lernen tut, und, und, und. Und dann empfiehlt es sich vielleicht auch nochmal, wirklich seine eigene Rotation sich anzeigen lassen, zum Beispiel mit Detail-Streamer kann man das machen, das ist jetzt hier links im Bild, und, äh, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, ich bin jetzt natürlich Nightfair, das ist nicht ganz optimal, normalerweise spielt es ein Venture-Fire-Match, Single-Target, aber ist egal, ich will euch einfach nur mal zeigen, wie man quasi den Feuermagier, die Rotation quasi optimal am Limit spielt, man sollte natürlich jetzt hier Fläschchen drinne haben, Buff-Food drinne haben, Potten und so, das macht man aber alles nicht, oder ich mach's zumindest nicht, weil mir das zu tryhard ist, das muss man nicht machen, man kann aber Pre-Pull-Spiegelbilder machen, und dann geht man einfach rein, hier, zack, WL, und, ja, dann spielt man einfach hier seine Rota 24-7 sozusagen runter, bis man sie gemeistert hat, und dann, äh, kann man auch schon davon reden, dass man seine Klasse früher oder später am Limit spielen wird, denn, sind wir mal ehrlich, ganz so schwer sind die ganzen Klassen gar nicht, es gibt schon Unterschiede, manche Klassen sind schwerer, andere Klassen sind leichter, und, ähm, ja, aber das ist eigentlich auch schon das, was ich euch einfach mal mit auf den Weg geben wollte, so spielt er quasi jede Klasse am Limit, oder lernt es zumindest, sie am Limit zu spielen, wenn er euch aus diesen unterschiedlichen Quellen wirklich Informationen ranholt, die ich euch alle präsentiert habe, und dann, das Wichtige ist natürlich am Ende dann trotzdem, dass man an die Puppe geht, und das dann auch perfekt spielt, ja, man kann sich noch so viel durchlesen, äh, sonst wie viele Seiten quasi durchlesen, und unterschiedliche Meinungen ranholen, aus den unterschiedlichen Seiten, wenn man es aber nicht schafft, das dann hinzukriegen, also das Spielerische, dann wird es natürlich trotzdem schwierig, Klassen am Limit zu spielen, man muss es natürlich letztendlich schon dann spielen können, und die Königsdisziplin ist sowieso, jeder kann wahrscheinlich an der Puppe seine Klasse relativ nah am Limit spielen, aber im Raid kommen noch Mechaniken dazu, das berühmt-berüchtigte Timing, vor allem beim Feuermagier, sehr wichtig und richtig, dass man wirklich auch seine CDs dann in den richtigen Momenten zieht, wo man wirklich Zeitfenster hat, wo man seine Rota durchziehen kann, wo man in seiner Rune die ganze Zeit stehen kann, und da gibt es schon Unterschiede natürlich, und deswegen ist es natürlich immer schwierig, trotzdem die Klassen am Limit zu spielen, aber, ich würde sagen, so solltet ihr da rangehen, ja, schaut euch wirklich das Zauberbuch einmal komplett durch, versteht die ganzen Fähigkeiten, die ihr habt in eurem Kit, und dann lest ihr euch nochmal durch, nochmal durch, falls ihr immer noch nicht irgendwas verstanden habt, nochmal durchlesen, auf Seiten gehen, Warhead, Ice, Events, Guides durchlesen, auf Warcraft Logs gehen, die Besten, der Besten anschauen, was die spielen, wie die spielen, was die für Stats haben, und, 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 und dann seid ihr auf einem guten Weg, und natürlich nicht zu vergessen, euren eigenen Charakter simulieren, denn jeder hat natürlich auch andere Werte, weil man einfach auch andere Items teilweise anhat, also selbst simulieren, auch immer wichtig und richtig, und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen oder geholfen hat, dürft ihr gerne noch ein Like da lassen, wenn nicht, dann nicht, bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.